hallo ich möchte euch hier mal nur ein paar ideen zeigen was man mit dem 3d drucker alles für prepperzubehör drucken kann da gibt es natürlich noch viel mehr sind nur so eine kleine auswahl ich kommentiere es auch nicht viel spaß ein ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020